Es beginnt. Schnallen Sie sich an. Robert Kiyosaki. Das Folgende wird in Kürze passieren und du wirst gleich verstehen, was 99,9% der Weltbevölkerung nie verstehen wird. Die meisten Menschen schauen sich nur den Aktienmarkt an und das ist das Einzige, was sie verfolgen. Sie wissen nicht viel über die Immobilienpreise in ihrer Gegend. Und das ist nicht gut genug. Und wenn du gerade zu Hause sitzt und dir Sorgen über deinen Job oder dein Geschäft machst und dich fragst, was die Zukunft bringen wird, dann höre jetzt genau zu. Viele denken, dass die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge kompliziert sind. Doch das ist nicht so. Denn der Grund, warum die meisten denken, dass das so ist, ist, weil all die Wirtschaftswissenschaftler und Akademiker all diese komplizierten Begriffe benutzen. Doch wenn du es herunterbrichst, ist es eigentlich sehr einfach zu verstehen. Das heißt, wenn die Menschen das besser verstehen, dann können sie viel bessere Entscheidungen für sich selbst und ihre Familie und ihre Zukunft treffen. Bessere finanzielle Entscheidungen. Pass daher genau auf und stelle sicher, dass du dir das Video bis zum Ende anschaust. Und das ist wichtig. Heutzutage könnten wir einen dieser Zyklen erleben, von denen Ray Dalio immer gesprochen hat. Dass es alle 75 bis 100 Jahre zu einem Paradigmenwechsel kommt und wir uns gerade am Höhepunkt einer dieser Zyklen befinden. Das heißt, der Regierung bleiben nicht viele Möglichkeiten, den Gürtel enger schnallen, Inflation zu erschaffen und, was ziemlich sicher passieren wird, die Steuern zu erhöhen. Und solange du kein System aufgesetzt hast, wo du deine Steuern reduzieren kannst, dann wirst du ein paar sehr, sehr große Probleme haben. Und viele Leute wissen das nicht. Die Regierung nutzt all diese Tricks, um an dein Geld zu kommen, um dein Geld zu stehlen, egal ob das offensichtlich oder heimlich passiert. Das sehen wir alleine schon beim Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir ein nominales Bruttoinlandsprodukt von 5% haben und die Regierung erzählt uns, dass wir ein reales Bruttoinlandsprodukt von 2% haben, dann deshalb, weil 3% inflationsbereinigt sind. Wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, merken wir, hoppala, die wirtschaftliche Erholung, über die wir überall hören und lesen, fühlt sich gar nicht wirklich wie eine Erholung an. Klar, die Medien berichten überall davon, aber bei mir kommt das nicht an. Wenn man das reale Bruttoinlandsprodukt auf die wahre Inflationsrate anpasst, dann könnte das reale Bruttoinlandsprodukt in den letzten 10 Jahren bei Null gelegen haben oder sogar negativ sein. Und gerade jetzt sehen wir, wie das Geld in großen Mengen fließt, und zwar wegen des Repomarktes. Die durchschnittliche Person weiß aber nicht, was der Repomarkt ist. Und da finden gerade die Probleme statt. Es passiert gerade Folgendes. Wir haben alle die Banken, Hedgefunds und finanzielle Institutionen, und die brauchen Geld. Sie verfügen zwar über eine Menge Vermögenswerte, beispielsweise Grundstücke, um jedoch Gehälter oder Mieten zu zahlen, müssen sie sich Geld borgen, weil sie nicht genug Cash haben. Sie haben nicht genug Cash, weil sie das Grundstück nicht schnell genug verkaufen können. Sie nutzen das Grundstück also als Sicherheit, um an Geld zu kommen, um das, was sie brauchen, zu finanzieren. Und das geschieht auf dem sogenannten Repomarkt. Ein Repo ist eine Rückkaufvereinbarung, die zeitlich begrenzt ist. Einfach dargestellt ist es ein kurzfristiges Darlehen zwischen zwei Parteien. Du brauchst Geld? Ich habe Geld. Gib mir dein Grundstück als Sicherheit. Am 17. September 2019 kam es im Repomarkt zu einem Anstieg der Zinsen auf bis zu 10%. Und das hat es noch nie zuvor gegeben. Denn normalerweise orientiert dieser sich am Leitzins der Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Zinsen waren zu dem Zeitpunkt bei 2%. Und wenn du siehst, was da passiert, dann weißt du, dass etwas gewaltig schiefläuft. Und du siehst nur die Spitze des Eisberges. Doch du weißt, dass es unterhalb der Wasseroberfläche eine Menge Probleme gibt. Und das waren die ersten Probleme, die im Repomarkt entstanden sind. Was passiert ist, wenn wir normalerweise eine Immobilie kaufen wollen, dann könnten wir einen Kredit mit einer Verzinsung von beispielsweise 2 oder 3% aufnehmen, um das zu finanzieren. Doch im Repomarkt war das anders. Dort sind die Zinsen über Nacht auf 10% angestiegen. Und das war, weil sie den Banken nicht vertraut haben. Die Banken konnten also ihren Fehlbetrag nicht decken. Und viele denken jetzt vielleicht, okay, alles klar, ich verstehe, was da passiert ist, aber wie betrifft mich das Ganze jetzt? Lass uns annehmen, dass du Geld verdienst, hart dafür arbeitest, du dein Geld sparst und du alles richtig gemacht hast. Und du dein gespartes Geld auf der Bank anlegen willst. Und jetzt gehst du zur Bank und siehst, dass sie dir Zinsen in Höhe von 0,5% oder 0 anbieten. Oder was auch immer sie dir an Zinsen geben wollen. Und du fragst dich, wo kann ich etwas mehr für mein Geld bekommen? Aber zugleich möchte ich, dass mein Geld sicher ist. Und dann schaust du dir vielleicht einen Geldmarktfonds an und denkst, das sieht sicher aus. Alle meine Freunde investieren dort ihr Geld und dort bekomme ich vielleicht eine Rendite von 1,5% oder noch mehr. Doch was die durchschnittliche Person nicht weiß, ist, dass sie dadurch ein viel größeres Risiko eingeht, nur um diese Rendite zu erhalten. Und wie schaffen sie das? Sie nehmen dein Geld, das du ihnen gegeben hast, und dann investieren sie dein Geld in den Repomarkt oder sie investieren das Geld in Geldmarktpapiere, was im Grunde genommen eine Förderung für Unternehmen darstellt. Die durchschnittliche Person, die hart arbeitet, die ein normales Leben führt, eine solche Person interessiert sich nicht für den Repomarkt oder andere Finanzmarktgeschäfte. Die will einfach ihr Geld sicher anlegen und sparen. Und sie leitet dadurch indirekt ihr Geld an die Deutsche Bank oder an die HSBC-Bank, Banken, die zusammenbrechen könnten. Würde diese Person wollen, dass ihr Geld an Fluggesellschaften wie Boeing, American Airlines oder Lufthansa verliehen wird, wo du jedes Mal, wenn du den Fernseher anmachst oder in die Zeitung schaust, du nur siehst, hörst und liest, dass sie nach dem nächsten Rettungspaket fragen. Das ist, weil die Fluggesellschaften pleite gehen würden, wenn sie keine Rettungspakete bekommen. Daher ist finanzielle Bildung wichtig. Das ist so wie eine Fabrik, wo man zwar viel Rohre sieht, aber sonst nichts. Doch jedes dieser einzelnen Rohre beeinflusst das Ganze. Die Frage ist, wenn die Banken jetzt pleite gehen, was bedeutet das dann? Und es sind nicht nur die Banken. Es sind die Regierungen, es ist der private Sektor. Bereits jetzt sind in den USA über 40 Prozent der Unternehmen geschlossen. Es betrifft letztlich unsere komplette Wirtschaft. Diese Schuldenzyklen laufen in 75 zu 100 Jahren ab. Und das ist, was Ray Dalio sagt. Ray Dalio ist der Gründer von Bridgewater Associates, einem der vermutlich größten Hedgefonds der Welt. Ray Dalio sagt, vereinfacht dargestellt, dass wir uns jetzt auf dem Höhepunkt eines 75 bis 100 Jahre langen Schuldenzyklus befinden. Und der einzige Weg von diesem Punkt ist abwärts. Wenn man die Spitze des Schuldenzyklus erreicht hat, gibt es für die Regierung nur vier Möglichkeiten. Nummer eins. Sie können Sparmaßnahmen anstreben, aber das wollen und können viele Regierungen nicht machen. Das ist den Gürtel enger schnallen, weniger ausgeben. Jeder spürt das. Denk an die große Depression in den 1930er Jahren. Oder sie rekonstruieren die Schulden. Oder sie restrukturieren die Schulden. Das ist aber unwahrscheinlich, dass beispielsweise große Banken restrukturiert werden, da die Staaten ja deren Gläubiger sind. Oder sie können einfach die Schulden nicht mehr bezahlen, was einem Bankrott gleich käme. Und als letzte Möglichkeit, und das ist, was die meisten Regierungen machen, sie drucken Geld. Gelddrucken führt zur Inflation. Und die rettet all jene Leute, die Schulden haben. Egal, ob es Regierungen sind, Einzelpersonen oder Unternehmen. Und die meisten Regierungen entscheiden sich, sobald die Schulden ein bestimmtes Niveau erreicht haben, diese wegzuinflationieren. Und was bedeutet das jetzt für die durchschnittliche Person? Wenn die Regierung versucht, eine Inflation herbeizuführen, bedeutet das, dass die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen werden. Und darauf sollte man besser vorbereitet sein. Zum Beispiel, wenn du über eine Immobilie verfügst, dann stelle sicher, dass du einen Kredit mit 30-jähriger Laufzeit und fester Verzinsung hast. Denn wenn es zur Inflation kommt und die Zinsen steigen, dann wird die Verzinsung für den Kredit auch steigen. Außer es handelt sich um eine feste Verzinsung. Du hast bei einer Inflation nun als Kreditnehmer die Möglichkeit, deine Schulden mit günstigem Geld zurückzuzahlen. Und normalerweise würde es bedeuten, dass wenn du dir 100.000 Euro zu einer bestimmten Verzinsung bei der Bank leist, dass du der Bank das Geld mit erhöhter Kaufkraft zurückzahlst. Und was während einer Inflation passiert ist, dass die Inflation es dem Schuldner erlaubt, die Schulden mit geringerer Kaufkraft zurückzuzahlen. Wenn die Verzinsung bei beispielsweise 3% liegt und die Inflation auf 5 oder 6% steigt, dann ist der Unterschied zwischen den beiden ein Transfer der Kaufkraft von der Bank zum einzelnen Immobilienbesitzer. Und jene, die über einen Kredit bei ihrer eigenen Immobilie verfügen, sollten jetzt proaktiv werden. Genauso bei Gold, Silber und Bitcoin. Es ist wichtig, als Insider zu investieren. Fang einfach damit an, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt aber nicht, dass du ein Experte darin sein musst, um das auf deine aktuelle finanzielle Situation anzuwenden. Schau dir daher zuerst die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge an. Bekomme ein Verständnis dafür und frage dich, wie kann ich das auf etwas anwenden, das ich gut verstehe? Und das braucht nicht im Immobilienmarkt zu sein. Du könntest Apotheker sein oder Lehrer. Du könntest über Expertise in irgendeinem Bereich verfügen. Und das ist, was ich einen Insider bezeichne. Ein Bereich, in dem du Experte bist und andere nicht. Und diese Krise verändert alles. Von einem wirtschaftlichen Standpunkt ist die größte Frage daher, werden wir eine Deflation oder eine Inflation erleben? Für die durchschnittliche Person ist es wichtig, dass sie sich die Wirtschaft als Gesamtes im Sinne von Angebot und Nachfrage ansieht. Angebot ist, wie viele Dinge produziert werden, Produkte als auch Dienstleistungen. Die Nachfrage ist, über wie viel Geld wir verfügen und wie der Zugang zu Krediten ist, um Dinge zu kaufen. Und wie du weißt, befindet sich der Großteil der Welt gerade im Lockdown. Die Wirtschaft ist stillgelegt. Oder ist gerade wieder dabei, geöffnet zu werden. Das heißt, es gibt gerade deutlich weniger Nachfrage für vorhandene Produkte und Dienstleistungen. Und das führt dazu, dass die Nachfrage sinkt. Und das ist, worauf sich die meisten Menschen konzentrieren. Die Preise gehen runter, weil die Nachfrage sinkt. Denn wenn die Menschen nicht rausgehen können, um Produkte und Dienstleistungen zu erschaffen, dann wird das Angebot ebenfalls sinken. Und dann ist die Frage, was geht schneller runter? Das Angebot oder die Nachfrage? Und dann siehst du Versorgungsketten, die unterbrochen werden. Denn ein Großteil der Waren, die wir kaufen, wird außerhalb des Landes hergestellt. Und das siehst du, wenn du dir bei den Dingen im Supermarkt mal anschaust, woher sie kommen. Und wenn die Versorgungsketten unterbrochen werden, bedeutet das weniger Angebot. Und nach dem langfristigen Schuldenzyklus von Ray Dalio kommt es dann zu sozialen Unruhen. Wenn die Leute in den Supermärkten nichts zu essen bekommen, dann bekommen wir echte Probleme. Schau dir einfach die aktuelle Lage an. Und wie die Politiker normalerweise mit sozialen Unruhen umgehen, ist mit Helikoptergeld. Und du kannst es MMT nennen, was die Modern Money Theory, oder auf Deutsch die Moderne Geldtheorie ist. Du kannst es nennen, wie du willst, aber im Endeffekt ist es folgendes. Die Regierung gibt Geld aus, damit die Bürger Geld erhalten. Dadurch bekommen die Bürger mehr Geld in ihre Taschen, obwohl sie zu Hause sitzen und nicht für die Produkte und Dienstleistungen arbeiten gehen. Und hier sind Produkte und Dienstleistungen gemeint, die keine Schulden voraussetzen. Das bedeutet dann, es wären weniger schuldenbasierte Produkte im System. Und wenn weniger Schulden im System sind, dann könnten die Preise für Dinge fallen, wofür die Menschen normalerweise Schulden aufnehmen würden, wie beispielsweise Immobilien. Auf der anderen Seite könnten die Preise für alltägliche Dinge wie Lebensmittel steigen. Und was passiert ist, dass die Zentralbanken Milliarden in die Wirtschaft pumpen. Es gibt also ein sinkendes Angebot und eine erhöhte Liquidität. Und das könnte dazu führen, dass es in den Supermärkten zu Lieferengpässen oder leeren Regalen kommen kann. Genauso wie im arabischen Frühling. Die richtigen sozialen Unruhen haben angefangen, als die Preise für Lebensmittel drastisch gestiegen sind. Denn wenn die Leute Hunger haben und kein Essen kaufen können, das ist, wenn die soziale Lage sich drastisch verschlechtert. Wie ist Ihre Meinung? Was glauben Sie wird passieren? Hat Robert Kiyosaki recht? Und kommt es in den kommenden Monaten zu Problemen oder nicht? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Geben Sie dem Video für den YouTube-Algorithmus einen Daumen hoch und schauen Sie sich jetzt die Playlist mit weiteren Videos von Robert Kiyosaki an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich! Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Jobs geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen. Beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. Eine Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentlicher Wahrscheinlichkeit abnehmen. Sie können heute nicht so einfach eine Million in Gold durch die Gegend kamen. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommenssteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage, nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50 Prozent bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales, mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht. Musik 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 Musik